Ist eine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine Flächennachrichten, oder? Keine Nachrichten. Das ist alles. Ich muss schlafen. Ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen. Uns geht es allen so. Glaub bloß nicht, dass du was Besseres bist. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Du solltest lieber wach bleiben. Sie sind jetzt überall. Wir müssen in Bereitschaft bleiben. Ich freue mich auf das Ende des Krieges. Soldaten Deutschlands! Ihr solltet dankbar dafür sein, kämpfen zu dürfen. Es ist kaum noch ein Kampf. Die Alliierten aus dem Westen, die Russen aus dem Osten. Nicht der Zeitpunkt für solche Worte. Reiß dich zusammen, Soldat! Aber wir können nicht an zwei Fronten gewinnen. Du bist eine Schande. Wir hätten nie der Post davor stoßen sollen. Wir müssten der Roten mit Drohungen gegenüber treten. Wir hätten gewinnen können, wenn wir sie in Ruhe gelassen hätten. Die Führer wissen, was sie machen. Wenn sie nicht zuerst zugeschlagen hätten, wäre es noch schlimmer. Wo sind die Schatten? Wo sind die Schatten? Der Kommissar möchte, dass sie in der Schatten herstellt werden in Benslau. Was ist da? Es ist nur eine Schatten. Schöpfe. Wunderbar. Wunderbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017